So jetzt, chinesische Rohrbürger da, zwei Zahnen. Schau ganz gut aus, das Ding. Zuerst der untere Zahne, zwei Zahnen. Das sind die ganzen Aufsätze zum Bühnen. Schrauben fest. Jetzt haben wir schon für den Preis 90 Euro im Bildversammt. Dann kommen wir, dass es dort geht, also nicht höher. Genau. Das heißt, das Bräueln, so tun sie auch oder was. Aber das ist hauptsächlich das, was ich möchte. So, das Beispiel. Schauen wir mal. Ja. Ich werde zwei, die man versicht. Vielleicht hat man so nichts passt. So, jetzt schaut die ganze Geschichte so aus. Geht eigentlich ganz gut, muss man sagen. Aber jetzt schaut es noch gut aus, jetzt tue ich es dann schnell raus. So, jetzt schieße ich einfach mal mit dem Punkt, also von dem her. Ein bisschen Chinesischwert aber nicht, trotzdem für den Preis. So, mit dem TÜV-Ding, glaube ich. Das war das, da ist auch so ein Splint abgegangen. Wenn wir ihn selber bringen aus dem Drahtstecker, geht ja auch. Da ist der restliche Aufsatzkraft, da sind schon ganz schöne drin. Das glaube ich, ist für 2 Zoll, ja. Das heißt, das Glänzte da drin. Jetzt tue ich ihn schnell raus. Jetzt hoffe ich, dass die Kamera dahinter fällt. Das ist allgemein bekannt, so sieht es nicht immer ganz gut hin. Das darf es jetzt wieder rausgehen. Ein Gummihammer. Das ist auch die Suppe hier. Dass ich ihn nicht kommen lassen. Nicht zusammendrückt. Das ist super. So. Perfekt, hier ist es passt. 90 Euro. Machen Sie es möglich.